Hallo, in diesem Video sehen wir uns Kombinationen aus Präpositionen und Artikeln genauer an. Links die Präpositionen an, in, bei, von und zu und in der Mitte die Artikel dem, der und das. Setzen wir zusammen. An plus dem ergibt am. An plus das ergibt ans. In plus dem ergibt im. In plus das ergibt ins. Bei plus dem ergibt beim. Von plus dem ergibt vom. Zu plus dem ergibt zum. Und zu plus der ergibt zur. Und noch einmal. An plus dem ergibt am. An plus das ergibt ans. In plus dem ergibt im. In plus das ergibt ins. Bei plus dem ergibt im. Bei plus dem ergibt beim. Bei plus dem ergibt beim. Um. Und zu plus der ergibt zur. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020